Gut, gucken wir mal. Langsam. Ja, langsam. Ist halt schlecht bei ihm. Ja, ja, schon. Weil das Digitalen bereit ist. Vielleicht rechts irgendwo. Ja, hängt noch so etwas. Was ist das? Haben wir da die Bolzen vergessen raus zu holen? Nein. Das ist in der Mitte der Mittelzapfen. Achso. Liegt der jetzt in der Mitte irgendwo auf? Nein, er liegt nicht. Auch, soweit ich das sehe. Nein, die Motorlage ist jedenfalls in der Luft. Also, eigentlich müssten wir hier mit dem Olle. Genau. Naja, das ist klar, natürlich. Das ist genau das, was wir immer wegmachen wollen. Scheiß... 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 Scheiß Schlauch hier. Der nimmt da hinten dran. An dem... An dem... Am Kackbehälter... Da am Kackbehälter... Schneid den weg. Schneid den weg. Wollte ich grad sagen, schneid den mal weg. Nicht das Messer. Nicht da drüber hin. Unser... 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 Unser Sein ist auch um die Lenkung. Ach, das ist jetzt ungeschickt. Das ist jetzt richtig ungeschickt. Ach, das ist jetzt richtig ungeschickt. Ach, das ist jetzt richtig ungeschickt. Ach, das ist jetzt richtig ungeschickt. Ja, dann machen wir den Wageheber wieder drüben. Dann lassen wir mal her. Das ist jetzt immer blöd. Das ist jetzt... Da steht auch eine Schraube davon. Von der Stehste am Arche. Aaaaaaah! Oh... Das ist der Brotstech... Hääää! Ne... Aaaaaah! Das ist eine so gut Schraube. Und los. Der hat ja auch oben aufgeschnitten, äh, jetzt schneidet er der, du Lursch. Der hat ja auch oben aufgeschnitten, äh, jetzt schneidet er die, du Lursch.